Willkommen auf unserem YouTube Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wir möchten uns auf diesem Wege für euren Support in den ersten Monaten unserer beiden Kanäle bedanken. Für alle, die es noch nicht wissen, unseren Kanal gibt es in der Blue Edition mit fantasievollen Science Fiction Geschichten und in der Black Edition mit spannenden Thriller und Krimis. Den jeweiligen Link findet ihr in der Kanal-Info. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch um weitere Unterstützung bitten. Dies könnt ihr tun, indem ihr uns ein Abo dalasst und natürlich mit einem Like, wenn euch das Stück gefallen hat. Vielen Dank und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Morgen, Benson. Und? Alles ruhig. Er hat schon den Gesichtsausdruck. Morgen, Frank. Mr. Blanket. Kann ich Ihnen irgendetwas bringen lassen? Brauchen Sie irgendwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sehr nett von Ihnen, Mr. Blanket. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass Ihre Frau Sie heute wieder besuchen kommt. Ja. Es gibt da ein paar Sachen, die ich mit Ihnen besprechen muss. Ich dachte mir, wir machen das gleich jetzt, dann haben wir es hinter uns. In Ordnung. Ein wahres Verbrechen. Von Andrew Claven. Aus dem Amerikanischen von Christian Lutze. Musik Mario Schneider. Bearbeitung und Regie Uta Reitz. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe verstanden. Oh Mann. Oh Mann, Mann. Alan, Alan. Ich habe gerade einen Anruf von Michelle Zieglers Bruder erhalten. Michelle hatte einen Autounfall. Wie schlimm? Schlimm. Sie befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Ärzte glauben nicht, dass sie es schaffen wird. Blöde Gans. Was war denn? War sie betrunken oder was? Ich weiß es nicht. Blöde Gans. Was hatte sie heute? Muss jemand für sie einspringen? Hatte sie heute irgendeinen wichtigen Termin? Sie hat das Interview mit Frank Beach im. Ach ja, richtig. Heute wird der gute alte Frank abgespritzt. Hatte die Ziegler ein Ticket für die Show. Ja, sie sollte hinfahren, sollte das Interview machen, wieder zurückkommen und dann nachts nochmal rüberfahren. Um bei der Hinrichtung dabei zu sein. Nein, Gott. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Alan, ich glaube, für Michelle ist es weit schlimmer. Ich weiß nicht, ob der Direktor oder Beachum sich auf einen Ersatzmann für das Interview einlassen wird. Setz Steve Pepperer drauf an. Auch beides. Das Interview und die Hinrichtung. Steve ist nicht da. Der hat seinen freien Tag. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen ihn. Wie heißt noch der Direktor? Planket? Steve hatte schon früher mit ihm zu tun. Ich bringe da rein. Mit Beachum wird es egal sein, mit wem er redet. Ich bin sicher, dass ich auch Havian Planket vorbeischleusen kann. Weil du Steve Everett für einen Arschloch hältst. Ich glaube nicht, dass er ein Arschloch ist. Du irrst, er ist ein Arschloch. Glaub mir, ich kenne ihn. Eine Menge Leute, die gut in ihrem Job sind, sind Arschlöcher-Boff. Ach, das weiß ich, Alan. Wenn ich diese Zeitung ohne Arschlöcher machen müsste, könnte ich sie als Rundbrief verschicken. Michelle würde alle guten Aufhänger selbst dann nicht erkennen, wenn er ihr in ihren süßen College-Girt-Hintern beißt. Aber Steve Schirron, die Leute wollen über Geschlechtsteile und Blut lesen. Und wir machen Themen draus, um ihnen einen Vorband zu liefern. Nun, dann sollte ich sie vermutlich doch anrufen. Das ist eine absolut präzise Beschreibung seiner Einstellung. Bob versuchte, mich also zu Hause zu erreichen. Der Zufall aber wollte es, dass ich nicht zu Hause war. Ich war bei Bob zu Hause. Genauer gesagt, in Bobs Bett. Ich rauchte eine Zigarette und betrachtete den nackten Hintern seiner Frau. Haben Sie schon ein Essen gewählt? Möchten Sie irgendwas Besonderes? Es darf so ziemlich alles sein, was Sie sich wünschen. Steak. Steak mit Pumfert, denke ich. Und ein Bier wäre nicht. Kein Problem. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Was Ihren persönlichen Besitz betrifft... Meine Frau wird ihn an sich nehmen. Und Ihre sterblichen Überreste? Gilt das auch für Ihre sterblichen Überreste? Wenn sie die Bestattungskosten nicht aufbringen kann... Nein, nein. Ihre Gemeinde hat ein wenig Geld gesammelt. Das geht schon in Ordnung. Okay. Die sterblichen Überreste. Auch. Ich möchte Ihnen den Ablauf des heutigen Abends kurz erklären, damit es keine Überraschung gibt. Wir müssen Ihre Besucher bitten, die Zelle um 18 Uhr zu verlassen. Vielleicht sollten Sie Ihre Frau darauf vorbereiten, falls sie erwartet, bis 10 Uhr bleiben zu können. Dann bekommen Sie Ihr Abendessen und einen Satz frischer Kleidung. Außerdem gibt es noch eine Art Plastikunterhose, die wir Sie bitten müssen, anzuziehen. Niemand wird Sie sehen. Niemand wird Sie sehen, aber es ist aus hygienischen Gründen erforderlich. Wir werden dafür sorgen, dass man Sie ihn wieder auszieht, bevor Ihre Frau den Leichnam beansprucht. Nach halb elf heute Abend besteht dann für Sie hier in Ihrer Zelle die Möglichkeit, Ihren geistlichen Beistand zu empfangen, wenn Sie wollen. Die Liege wird direkt in Ihre Zelle gebracht, etwa eine halbe Stunde vor der eigentlichen Prozedur. Dann wird man Sie in den dafür vorgesehenen Raum bringen, Sie an ein EKG anschließen und gleichzeitig den Katheter setzen. Aber keine Sorge, nichts wird vor der Zeit passieren. Wir beginnen um 0.01 Uhr und bis dahin werden wir die Telefone im Blick behalten. Außerdem haben wir eine offene Leitung zum Generalstaatsanwalt und zum Gouverneur. Beide Anschlüsse werden vorher auf Ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Haben Sie soweit noch irgendwelche Fragen? Nein. Gut. Es geht noch um das Beruhigungsmittel. Ich will kein Beruhigungsmittel. Es ist Ihnen natürlich freigestellt, aber verdammt nochmal, Frank, es ist ebenso sehr für mich wie für Sie. Ein reibungsloser Ablauf liegt schließlich im Interesse aller Beteiligten. Das Beruhigungsmittel, das man Ihnen geben wird, hilft. Ich möchte es nicht. Ich weiß das Angebot zu schätzen, Mr. Plunkett, aber ich möchte einen klaren Kopf behalten. Ich möchte meine Frau sehen können. Verstehen Sie? Ich werde Ihnen keinerlei Probleme bereiten. Also gut. Es ist Ihre Entscheidung. Sollten Sie Ihre Meinung ändern, lassen Sie es mich wissen. Bob Finlay saß an dem langen Schreibtisch auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes und beobachtete mich. Und was sah er? Ich stellte mir vor, wie er mich sah. Ich bin nicht groß, aber ich habe schmale Hüften, breite Schultern und vom Gewichtheben einen muskulösen Körperbau. Die Augen hinter meiner Nickelbrille sind grün. Und man hat mir erzählt, dass sie einen immer auszulachen scheinen, was durchaus sein kann, wie ich glaube. Kurzum, ich sehe genauso aus wie die Art Mistkerl, von der man seine Frau fernhält. Morgen zusammen. Du hast meine Nachricht bekommen? Ja. Ich stand vor seinem Schreibtisch. Obwohl der Raum klimatisiert war, spürte ich, wie der Rücken meines Hemdes schweißnass wurde. Michel Ziegler hat einen schweren Autounfall. Was? Mir war einfach nur übel. Wie hatte er es herausgefunden? Warum musste er es überhaupt herausfinden? Ich wünschte, er würde mich deswegen verfluchen. Ich wünschte, ich hätte seine gottverdammte Frau nie getroffen. Ich wünschte die Tage zurück, in denen wir einfach hätten nach draußen gehen und uns gegenseitig erschießen können. Was braucht ihr? Michel hatte heute einen Interviewtermin mit Frank Beecham. Frank? Beecham? Klar, Frank Beecham. Der Typ, den Sie heute abspritzen wollen. Na klar, ich erinnere mich, Michel hatte Karten für die Show. Sie hatte auch ein Interview mit ihm. Um vier Uhr, von Angesicht zu Angesicht in der Beobachtungszelle. Richtig, okay. Alan möchte, dass du für sie einspringst. Alan? Okay. Ich begriff. Alan wollte mich, Bob nicht. Ich überlegte, was ich antworten sollte. Ich überlegte, was ich gesagt hätte, wenn ich nicht mit seiner Frau geschlafen hätte. Wenn ich bloß ein Reporter gewesen wäre, den man an seinem freien Tag angerufen hatte, um einen Termin zu übernehmen. Also, äh, dieser Beecham, was hatte er, das war vor meiner Zeit, er hat ein Mädchen umgebracht, ja? Eine schwangere Frau, ja, eine College-Studentin. Amy Wilson, geborene Robertson. Sie hat den Sommer über in einer Lebensmittelhandlung in Dogtown gearbeitet. Sie schuldete Beecham Geld, 50 Dollar oder so, für Reparaturarbeiten an ihrem Wagen. Er hat sie erschossen. Okay. Irgendwas Besonderes über Frank Beecham? Früher war er ein Herumtreiber aus Michigan, glaube ich. Zerrüttetes Elternhaus, Mutter Alkoholikerin, hat ein paar Mal wegen Körperverletzungen im Gefängnis gesessen, Kneipenschlägereien und so. Und dann hat er drei Jahre im Staatsgefängnis von Missouri abgebrummt, weil er einen Polizisten verprügelt hat, der ihm einen Strafzettel geben wollte. Klingt wie ein ganz vernünftiger Bursche. Aber danach ist er bis zum Wilson-Mord ungefähr vier Jahre lang völlig sauber geblieben. Er kam aus dem Knast raus und traf seine Frau, Bunny oder Bonny oder Bipsy oder sowas. Ah, yeah. Ich kenne diesen Typ Knast-Guruppi. Junge trifft Mädchen, Mädchen rettet die Seele des Jungen und gemeinsam ziehen sie glücklich mordend durch die Lande. Zynisch, zynisch. Sie waren sehr nett. Hatten eine Tochter, haben sich ein Haus in Dogtown gekauft, er hatte seinen Job als Mechaniker, sie hat sich um das Baby gekümmert. Sie waren eine richtig nette und typisch amerikanische Familie. Der Kerl war drei oder vier Jahre lang völlig sauber und dann an einem 4. Juli spazierte er in einen Lebensmittelladen in Dogtown, und Amy arbeitete an der Kasse, sie erklärt ihm, dass sie das Geld, das sie ihm schuldet, nicht hat und... Uh, und da hat der gute alte Frank einen von seinen hässlichen Wutanfällen gekriegt. So sieht's aus. Außer dem Geld in der Kasse hat er noch Schmuck vom Opfer mitgenommen. Ich hoffe, er hat zumindest Reue gezeigt. Von wegen. Er behauptet nach wie vor, dass er nur zu dem Laden gefahren ist, um eine Flasche Steaksoße für das Feiertagspicknick zu kaufen. Hey, überzeugende Geschichte. Das hat die Jury auch gedacht. Hat ihm auch nicht gerade geholfen, dass ihn ein Steuerberater, Dale Porterhouse, in dem Laden mit rauchender Pistole hinausrennen sah. Und dann war da noch irgendeine arme Frau Larsen, die fast auf dem Parkplatz mit ihm zusammengestoßen wäre, ohne eine Ahnung zu haben, was eigentlich los war. Sonst keine Zeugen. Ein Junge, Warren Russell, hat sich laut Staatsanwaltschaft nach der Tat draußen in einem Automaten eine Cola gezogen. Steaksoße. Das gefällt mir, das ist gut. Was ich von dieser Geschichte will, Steve, ist der menschliche Aspekt bei der Sache. Verstehst du? Wie fühlt man sich an seinem letzten Tag in der Todeszelle? Ich will ein schlichtes, prägnantes Porträt. Verstanden? Klar, sicher. Prägnantes Porträt. Alles klar. Tut mir leid, dass ich dich an deinem freien Tag stören musste. Hey, 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 hey. Ich meine, kein Problem. Es ist schließlich ein Notfall. Ja, das ist es. Okay. Okidoki. Alles klar. Ich, ich mach mich gleich dran. Warum hat sie die Schüsse nicht gehört? Die Schüsse? Sorry, ich meine, ich wollte nur die Frau auf dem, na sag schon Parkplatz. Ich meine, wenn sie direkt vor dem Laden war, muss sie doch die Schüsse gehört. Ich weiß es nicht, Steve. Ich weiß nicht, ob sie die Schüsse hätte hören müssen oder nicht. Sie konnte die Schüsse nicht hören, weil, weil sie ihre Klimaanlage anhatte oder weil das Radio lief oder... Es ist auch egal, Steve. Könntest du einfach nur das tun, was ich sage? Klar. Prägnantes Porträt, Bob. Wer hat die Anklage übernommen? Cecilia Nussbaum. Sie hat auf Todesstrafe plädiert. Wieder ein Rätsel des Lebens gelöst. Hallo? Ich bin's, Liebling. Steve? Wo bist du? Oh, ich bin in der Redaktion. Die haben mich drangekriegt. Oh nein. Wie haben sie dich denn gefunden? Ich hab ihnen nicht gesagt, wo du bist. Woher hatte Bob eigentlich gewusst, wo ich war? Ich wollte auf dem Rückweg vom Fitnessstudio nur noch kurz etwas in der Redaktion abholen. Ich bin erwischt worden. Also hör mal. Du hast Davy wirklich fest versprochen, mit ihm in den Zoo zu gehen. Ach, Mist. Der Zoo. Das hatte ich vergessen. Er hat den ganzen Morgen von nichts anderem geredet. Ach, die Sache ist die. Es hat einen Unfall gegeben. Michelle Ziegler ist mit ihrem Auto in der Nähe der Todeskurve gegen eine Mauer gerast. Ist sie verletzt? Ja, offenbar sogar sehr schwer. Die Ärzte glauben nicht, dass sie es schaffen wird. Oh mein Gott. Das ist sehr schrecklich. Warum wollen sie, dass du für sie einspringst? Naja, sie hatte ein Ticket für die Hinrichtung heute Abend. Das ist vermutlich genau dein Ding. Stimmt's? Ach, pass auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich muss nicht vor vier Uhr heute Nachmittag im Gefängnis sein. Und alle Hintergrundinformationen, die ich brauche, habe ich praktisch schon zusammen. Ich kann doch jetzt nach Hause kommen, Davy abholen, mit ihm in den Zoo gehen und ihn gegen drei wieder vorbeibringen. Okay? Ich weiß wirklich nicht, warum du an deinem freien Tag in die Redaktion gehen musstest. Ja, tut mir leid. Idiotische Idee. Also gut. Ich sehe zu, dass er in einer halben Stunde fertig angezogen auf dich wartet. Super. Ich bin da. Frank? Schillermann, der Kaplan will mit dir reden. So? Du weißt, seelischer Beistand wird nur gewährt, wenn du es ausdrücklich willst. Worüber will er reden? Er meint, falls du beichten willst. Bereuen vor Gott. Ich war es nicht. Schillermann, Pilermann, der kann mich mal. Okay, Frank, bin deiner Meinung. Sie wollen alle irgendwie dabei sein. Wann darf meine Frau kommen? Gedulde dich. In ein paar Stunden. Vorschrift. Pünktlich nach Hause kommen und mit Davy in den Zoo gehen. Schnurstracks in Richtung unserer Wohngegen fahren. Das war der vernünftige Plan. Dumm hingegen? Sozusagen die Schwachkopfstrategie. Wäre ein Umweg um den Park nach Dogtown gewesen, um sich den Lebensmittelladen anzusehen. Nur um einen kurzen Blick auf den Tatort zu werfen, meine ich. Das wäre grausam, wenn man an Barbara dachte. Ihr das Gefühl vermitteln, dass ich da war und an der ehelichen Front kämpfte. Das waren also die ersten Schritte bei den Vorarbeiten zu meiner Rettung. Vorausgesetzt, es gab eine Rettung. In dem Moment, in dem der Wagen ausrollte, traf mich die Mittagshitze mit voller Wucht. Aus dem Seitenfenster betrachtete ich den Getränkeautomaten. Die Zeugin Mrs. Larsen musste durch das Wagenfenster gegriffen haben, um den Automaten zu bedienen. Er war so aufgestellt, dass man nicht aussteigen musste, um sich ein Getränk zu ziehen. Dann setzt sie zurück und überfährt fast Frank Beecher. Ich war erregt. Ich liebe den Schauplatz eines Verbrechens. Wirklich. Ganz besonders den Schauplatz eines Mordes. Kann ich helfen? Ich bin Reporter. Bei der News. Dies ist doch der Laden, in dem Amy Wilson ermordet wurde, oder nicht? Und ab. Sie stand hinter dieser Ladentheke. Heute, vor fast genau sechs Jahren. Es ist alles noch genauso wie früher. Also, nur, dass ich jetzt hier stehe. Wow. Heute Nacht ist Zahltag. Das heißt, wenn die verdammten Rechtsanwälte nicht dazwischen funken. Ja, ja. Die Spritze ist noch viel zu gut für den. Waren Sie schon hier, als es passiert ist? Ja. Ich wohne keine drei Straßen von der Familie entfernt. Früher habe ich Amy immer auf der Straße getroffen. Sie war so ein liebes Mädchen. Und sie war auch noch schwanger. Können Sie sich das vorstellen? Was für ein Mensch tut so... War außer Amy noch jemand hier? Hinten ist noch eine Toilette. Als es passierte, war gerade ein Typ drin. Ein Steuerberater. Porterhouse oder so. Er kam rausgerannt und hat alles gesehen. Mhm. Tatsächlich. Das werde ich mir mal anschauen. Na also. Da ist sie. Gleich dort. Ganz ohne Frage eine Toilette. Und so stand ich mit einem subtilen Grinsen in meinem ironischen Gesicht im Hintereingang und wandte mich wieder dem Laden zu. Und dann gefrohr das Grinsen auf meinen Lippen. Denn ich sah Kartoffelchips. Eine ganze Reihe. Dicke gelbe Tüten, die fröhlich nebeneinander standen. Deshalb konnte man die Tür auch nicht sehen. Und auch nicht die Ladentheke. Vom Durchgang zur Toilette aus. Wo der Zeuge Dale Porterhouse laut eigenen Angaben gestanden hatte, als Frank Beecham aus dem Laden gerannt war. Man konnte gar nichts sehen, außer Kartoffelchips. Ich musste nach Hause. Ich musste meine Frau bei Laune halten. Ich musste mit meinem Davy in den Zoo. Es war Zeit. Zeit zu gehen. Allerhöchste Zeit. Als ich vor meinem Haus schlingernd zum Stehen kam, hatte ich den Kartoffelchipfaktor schon wieder als lächerlich verworfen. Es war schließlich nicht so, als ob Frank Beecham unschuldig wäre. Weil die Bullen Verbrecher verhaften. Deswegen. Sie sind vielleicht nicht der Cueil Poirot. Aber sie haben jedes je begangene Verbrechen schon einmal gesehen. Und sie kennen ihre Pappenheimer und liegen in 99 Prozent aller Fälle richtig. Ungefähr so häufig, wie Reporter die Polizisten spielen, daneben liegen. Ich war 20 Minuten zu spät. Barbara stand da, ohne ein Wort zu sagen. Tut mir leid. Ich bin aufgehalten worden. Ich ziehe ihm nur die Schuhe an. Ich schalte das Video aus. Die Todesstrafe. Ein wichtiges Thema. Wir sprechen darüber mit Frederick Robertson, dem Vater eines Mordopfers. Ich will Ihnen etwas sagen. Meine Tochter wurde kaltblütig und ohne jeden Grund ermordet. Sie hatte Beecham schon das Geld aus der Kasse gegeben. Und als sie auf dem Boden lag, okay, und an ihrem eigenen Hund geschickt... Du wolltest jetzt mit deinem Sohn in den Zoo. Hat diese Kreatur, dieser Mann, ihr den Ehering vom Finger gestreift und ihr das Amulett vom Hals gerissen. Ein Amulett, das ich ihr zu ihrem 16. Geburtstag geschenkt habe. Was ist jetzt schon wieder? Nur kurz. Ich brauche nur eine Ausfrage. Ich kann euch hier einfach da liegen und starten lassen. Davy, ist jetzt so weit. Porterhouse. Hallo, Mr. Porterhouse. Mein Name ist Steve Everett von der St. Louis News. Ich berichte über die heutige Hinrichtung von Frank Beecham. Meines Wissens waren Sie einer der Hauptzeugen gegen ihn. Ja, 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 so ist es. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht ein wenig Zeit erübrigen können, um mit mir über den Fall zu sprechen. Nun ja, leider habe ich in diesen Minuten einen Termin. Sag wir in einer halben Stunde. Okay. Du willst doch nicht etwa jetzt schon einen Termin? Sag Davy, dass sein Daddy ganz dringend weg musste. Ich gehe mit ihm in den Zoo. Ein anderes Mal, nicht jetzt. Ich muss los. Das wirst du nicht tun. Ich muss den Typ nur ein paar Sachen fragen. Über Kartoffelchips. Bye-bye, Schatz. Verstand, was ist bloß mit dir los? In Ordnung. Dein Anwalt. Ja. Frank? Ich wollte nur nicht, dass Sie denken, wir hätten Sie vergessen. Also verstehen Sie, ich muss Ihnen das sagen, Frank. Ich will ganz ehrlich sein. Wir haben nicht viel zu erwarten. Verstehen Sie? Eine Chance besteht natürlich immer, nicht wahr? Aber beim Appellationsgericht haben Sie das alles schon mal gehört und es sieht nicht gut aus. Ich wollte nur, dass Sie sich dessen bewusst sind. Ja, ich weiß. Ich habe um fünf Uhr einen Termin beim Gouverneur. Okay. Frank, es sieht nicht gut aus. Nicht einmal beim Gouverneur. Darauf müssen Sie vorbereitet sein. Sie müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen. Ja, ich bin drauf vorbereitet. Soweit man das sein kann. Der Gouverneur sitzt in einer üblen Klemme. Bei all den Emotionen wegen des Mädchens. Verstehen Sie? Und seinen Versprechungen, härter gegen das Verbrechen vorzugehen. Wir haben nicht viel Spielraum. Wenn ich dem Gouverneur berichten könnte, wie sehr Sie Ihre Tat bereuen. Ich habe es nicht getan. Das weiß ich, das weiß ich. Niemand will, dass Sie etwas gestehen, was Sie nicht getan haben. Ich meine ja nur, dass die Haltung des Gouverneurs sein wird. Er ist rechtskräftig verurteilt worden. Damit werde ich mich auseinandersetzen müssen. Ich habe es nicht getan. Ich kann keine Reue für etwas zeigen, das ich nicht getan habe. Nein, sicher, klar. Hören Sie, ich melde mich wieder, sobald die Entscheidung über das Gnadengesuch raus ist. Ich schätze, dass es, wie gesagt, noch etwa eine halbe Stunde dauert. Und wenn Sie in der Zwischenzeit irgendwas brauchen, haben Sie ja die Nummer meines Handys. Und, ähm... Okay, ich lege jetzt auf. Ich rufe gleich nochmal an. Mr. Porterhouse. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Ich denke, ich wollte bloß eine Vorstellung davon bekommen, wie Sie sich heute fühlen. Verstehen Sie? An dem Tag, an dem Bitschirm endgültig hingerichtet werden soll, wodurch seine Verurteilung auf Ihrer Zeugenaussage beruht hat. Macht Ihnen das Probleme? Man trägt auch Verantwortung für seine Mitmenschen. Man kann nicht nur nach seinen eigenen Gefühlen gehen. Es ist wichtig, dass nach den Gesetzen dieses Landes Gerechtigkeit geschieht. Verstehen Sie? Haben Sie je gedacht, dass Sie vielleicht einen Fehler gemacht haben könnten? Man könnte wohl sagen, dass ich ein Mensch bin, der wenig zu zweifeln neigt. Vergewissere dich, das Richtige zu tun, und dann volle Kraft voraus. Das ist mein Motto. Für Sie besteht also kein Zweifel daran, dass Frank Bitschum der Mann ist, den Sie an jenem Tag aus dem Laden laufen sah. So ist es. Nicht der geringste Zweifel. Sie haben sein Gesicht gesehen. Und Sie haben die Waffe in seiner Hand gesehen. Ja, so ist es. Man könnte wohl sagen, dass ich mir dessen so sicher bin wie nur irgendwas auf dieser Welt. Vom Hintereingang des Ladens aus, wo die Toilette ist. Das ist richtig. Wie konnten Sie denn über die Kartoffelchips hinweg überhaupt irgendwas sehen? Ich möchte das, was danach geschah, so genau wie möglich beschreiben. Weil nämlich exakt gar nichts geschah. Rein überhaupt nichts. Porterhouse wich nicht erschreckt zurück oder schlug sich vor Entsetzen über seine Entlarvung die Hand an die kahle Stirn. Er verschüttete auch kein Kaffee oder begann Lügen zu stottern oder verräterisch an seinem Kragen zu nesteln. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper. Ich verstehe nicht. Welche Kartoffelchips. Ich hatte ganz klare Sicht. Und da wusste ich, dass er nicht die Wahrheit sagte. Er log auch nicht. Dessen war ich mir fast sicher. Doch er war ein kleiner Mann, der unbedingt wollte, dass die Leute ihn für einen großen Mann hielten. Er wollte ein großer Mann sein. Und vor sechs Jahren war er das für einen Augenblick gewesen. Ich glaube nicht, dass er einen Meineid geschworen hätte. Ich glaube nicht, dass er das Kreuzverhör überlebt hätte, wenn der Sachverhalt in seinem Kopf nicht völlig klar gewesen wäre. Ich denke, er hat es sich geglaubt. Bis zu dem Moment, in dem ich ihn nach den Kartoffelchips fragte. Natürlich hätte ich die Behörden sofort davon unterrichtet, wenn es irgendwelche Zweifel gegeben hätte. Vielen Dank, Mr. Porterhouse. Sei nicht traurig, Pony. Kann ich dir nicht ein bisschen traurig sein? Na gut, aber nur ein ganz kleines bisschen, weil ich so ein toller Typ bin und du mich eine Weile vermissen wirst. Das kann mein Sekretär entgegennehmen. Vielleicht ist es wegen der Revision. Das muss es sein. Glaubst du mich auch? Doch, es muss Tryon sein. Vielleicht ist es ein Aufschub. Frank, dein Anwalt. Frank? Frank, wir haben verloren. Okay. Tut mir wirklich leid, Frank. Die Tür zu Alans Büro war zu. Doch ich konnte ihn durch die Jalousien sehen. Er telefonierte, während er ausladend mit dem Schokoriegel in seiner freien Hand gestikulierte. Ich klopfte nicht an. Alles klar. Wir bringen morgen einen Leitartikel zu dem Thema. Ja, verstanden. Sicher, Gouverneur. Hör auf, Bobs Frau zu bumsen. Er mag es nicht. Oh Gott. Was hat er getan? Ist denn die Hausmitteilungen gesetzt? Wenn er zu mir kommt und deinen Arsch fordert, dann muss ich ihm den geben. Dann bist du nur noch ein Loch ohne Arsch drumrum. Du ruinierst deine ganze Karriere, du ruinierst deine Ehe. Und wenn du deinen verdammten Schwanz nicht in der Hose halten kannst, dann werde ich dich auch nicht mehr schützen können. Himmel, Herrgott, noch mal! Wie war sie denn? Das geht dich ein Dreck an. Nicht schlecht. Glückspilz. Ich hab sie immer gemocht. Ich hab ein Problem. Oh, der Groschen ist endlich gefallen. Mein Gott, Junge, hättest meine Frau bumsen sollen. Ich hätte dich nur geschlagen. Ich hab deine Frau gebumst. Glückspilz. Und wie war sie? Sie sendet dir liebe Grüße, aber das ist nicht mein Problem, Alan. Also gut, was ist dein gottverdammtes Problem? Erzähl's dem, Papa. Du sehnloses Stück Scheiße. Frank Beecham. Der Typ, der so gut wie tot ist? Ja, ich soll ihn heute Nachmittag interviewen. Eine Chance, die ich dir verschärft habe. Ein Hoffnungsfunk. Vermassel es nicht. Ich glaube, er könnte unschuldig sein. Ist das dein Problem? Ja, es gibt Ungereimtheiten. Ungereimtheiten? Hab ich richtig gehört, dass du gesagt hast, es gäbe Ungereimtheiten? Nach einer polizeilichen Ermittlung, einem Prozess, einer Verurteilung, einem sechsjährigen Revisionsverfahren? Und du hast Ungereimtheiten entdeckt. Wie lange hast du gebraucht? Eine halbe Stunde? Ach, verdammt nochmal. Also gut. Lass mich klarstellen, worum es hier geht. Wenn du diese Routine in Richtung irgendwie in eine knallige Kampf-um-Gerechtigkeit-Story drehen kannst, dann kann ich vielleicht, ich meine vielleicht, mein Freund, vielleicht ein gutes Wort für dich einlegen, wenn Bob versucht, dich zu feuern. Ja, das ist der Plan, nehme ich an. Trotzdem wirst du deine Frau und dein Kind verlieren. Das weißt du. Sie wird es erfahren. Ja, ja, ja. Also gut. In jedem Kriminalfall gibt es irgendeine Unkorrektheit. Vielleicht kannst du es zu einer Art journalistischen Kreuzzug aufblasen. Und wenn Bob dann zu mir kommt und deine Versetzung aufs Klo verlangt, würde ich sagen können, aber Bob, denk doch nur an die fantastische Beach-um-Story, die Steve praktisch aus nichts gemacht hat. Das wird ihm scheißegal sein, aber ich kann es immerhin sagen. Ich glaube wirklich, dass da etwas dran sein könnte. Aber was soll ich machen? Ich meine, was mache ich, wenn ich wirklich etwas finde? Was? Du meinst sowas wie Beweise? Heute? Du hast noch neun Stunden, bis sie den Typ abspritzen. Ja, ja, aber was wäre, wenn? Wir können nicht einfach abwarten, bis die Story morgen erscheint. Na, du könntest zu Mr. Lowenstein gehen, nehme ich an. Meinst du? Na klar, warum nicht? Er ist der Gouverneur. Okay, nur dass Mr. Lowenstein mich nicht leiden kann. Ach, niemand kann dich leiden, Steve. Nicht mal ich kann dich leiden und ich bin dein Freund. Also ich sag dir jetzt eins. Wenn du zu Mr. Lowenstein gehst, dann solltest du etwas verdammt Gutes in der Hand haben. Es sollte absolut hieb- und stichfest sein. Sonst wird er nicht nur nicht anrufen, sondern er sorgt für deinen beruflichen Ruin. Dafür muss er nur nicht mal mit seiner Frau schlafen, mein Freund. Okay, danke. Weißt du, Steve, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Den ganzen Tag und die ganze letzte Nacht habe ich darüber gegrübelt, wie ich es dir sagen soll. Sie hat es mir erzählt. Sie? Sie hat einen Aschenbecher mit deinen Zigaretten auf dem Nachttisch stehen lassen. Das war ihre Art, es mir zu sagen. Ich hatte den Aschenbecher immer selbst ausgeleert, und zwar in die Toilette. Patricia hätte die Kippen irgendwie beiseite schaffen, von mir verstecken und später höchstpersönlich im Aschenbecher arrangieren müssen. Was natürlich absolut logisch war, weil es um Bob ging. Weil es immer um sie und Bob gegangen war. Bonnie. Sie müssen schlicht und einfach begreifen. Bonnie, um Gottes Willen. Sie müssen es begreifen. Es geht nicht um irgendwelchen juristischen Kram. Es ist eine Ungerechtigkeit. Eine Ungerechtigkeit. Es gibt keine Revision. Sie haben das Gnadengesuch abgelehnt. Sie haben 15 Minuten, Mr. Everett. Anweisung von Mr. Plunkett. Exakt 15 Minuten. Mr. Everett? Ich bin Frank Picham. Nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Wie geht's denn der Kleinen? Michelle, Michelle, Michelle irgendwas. Sie hatte einen Unfall. Ja, sie hatte einen Autounfall. Ziemlich üble Sache. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie im Koma liegt. Oh, das tut mir leid. Diese Michelle, sie sagte, sie... Ich weiß nicht, sie wollte mit mir darüber reden, wie ich mich fühle. Aber ich meine hier, hier drin. Ja, ja, genau. Darum ging es. Um den menschlichen Aspekt. Also, was ich... Was ich allen sagen wollte, ist, dass ich an Jesus Christus glaube, unseren Herrn und Erlöser. Und dass es dort einen besseren Richter gibt, an dem besseren Ort, an den ich kommen werde. Ich glaube, so ziemlich jeder hat Angst vor dem Sterben, wenn man nicht verrückt ist jedenfalls. Verstehen Sie? Aber ich habe keine Angst, dass die Irrtümer, die hier auf Erden begangen werden, nicht richtig gestellt werden. Also, das sind meine Gefühle. Ist... ist das in Ordnung so, Mr. Everett? Ist es das, was Sie wollten, oder... Mr. Beecham, Jesus Christus interessiert mich einen Scheiß. Und mir ist es auch egal, wie Sie sich fühlen. Alles, was mich interessiert, Mr. Beecham, sind die Dinge, die passieren. Die Tatsachen, die Ereignisse. Das ist mein Job, mein einziger Job. Die Dinge, die passieren, Mr. Beecham. Ich muss wissen, haben Sie diese Frau ermordet oder nicht? Was? Was ist passiert, verdammt nochmal? Was ist passiert? Was? In dem Laden. An dem Tag, als Amy Wilson erschossen wurde. Ich habe eine Flasche Steaksoße gekauft. Und Sie haben sie bei Amy an der Theke bezahlt? Ja. Und sie hat das Geld erwähnt, nicht wahr? Das Geld, das sie Ihnen schuldete. Hat sie es erwähnt? Sie sagte, sie würde... Wissen Sie, versuchen, das zusammenzubekommen. Das Geld, ich sage dir, ich sage dir, Sie sollen sich keine Sorgen machen. Ich wusste ja, wie schwer Sie es hätten. Deshalb habe ich ja den Wagen für Sie repariert. Irgendjemand hat sie erschossen, mein Freund. Das ist die Wahrheit. Das ist eine Tatsache. Das Mädchen ist tot und jemand hat sie erschossen. Wenn Sie es nicht waren, muss es jemand anders gewesen sein. Sie haben nach fünf Minuten... Ja, sicher. Wer könnte es getan haben? Ich... Ich weiß nicht. Nicht Porterhouse. Er ist kein Mensch, der schießt. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat nichts getan. Aber ich sage Ihnen noch was. Er hat auch nichts gesehen. Und er ist der einzige Zeuge. Ich weiß nicht. Kommen Sie, Mann. Was ist mit der Frau? Der Frau in dem Wagen. Ich weiß nicht. Warum hat sie nicht gesehen, dass Sie keine Waffe hatten? Sie hatten die Steaksoße in der Hand, oder nicht? Herr Gott im Himmel! Es war die Flasche, nicht wahr? In Ihrer Hand. Sagen Sie es mir. Ja, die Flasche. Das habe ich denen auch gesagt. Sie war in meiner rechten Hand, sodass sie es nicht sehen konnte. Ich hatte ihr die andere Seite zugewandt, als wir fast zusammengestoßen wären. Die Linke. Sie konnte es nicht sehen. Sie hatte keine klare Sicht. Also gut. Sie war es also nicht. Porterhouse war es nicht. Und Sie waren es auch nicht. Wer war sonst noch da? Das will ich wissen. Wer verdammt nochmal war sonst noch da? Niemand. Irgendjemand war da. Das ist eine Tatsache. Der Laden war leer außer mir, dem Steuerberater und Emil. Aber er war nicht leer. Sie hat sich doch nicht selbst erschossen, oder? Irgendjemand. Irgendjemand muss da gewesen sein. Vielleicht jemand, der hereinkam, als Sie den Laden verlassen haben. Das würde erklären, warum Sie den Schuss nicht gehört hat. Wenn es passiert ist, direkt nachdem Sie den Laden verlassen haben, haben Sie niemanden gesehen. Nein, ich... Ich weiß nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur Steaksoße gekauft. Ich musste nach Hause wegen dem Picknick. Wir wollten grillen. Bonny hatte keine Steaksoße mehr. Es war am Unabhängigkeitstag. In Ordnung. Das war's. Nein. Bitte. Sie glauben uns. Oder nicht? Glauben Sie uns. Gehen wir, die Leute so aufzuregen. Schon gut. Glauben Sie uns. Nicht, Bonny. Nicht. Ja, ich glaube Ihnen um Himmels Willen. Man muss sich ihn doch nur ansehen. Hier reinzukommen und die Leute aufzuregen. Glauben Sie nicht, dass diese Menschen schon genug durchgemacht haben? Was glauben Sie, wo Sie hier sind? Wo waren Sie? Jetzt ist es zu spät. Lieber Gott, wo waren Sie die ganze Zeit? Es war nicht meine Story. Es hat einen Unfall gegeben. In der Todeskurve. Es war an sich gar nicht meine Geschichte. Bob hatte doch noch jemanden erwähnt. Ein junger Kerl. Ein Jugendlicher. Ist bloß vorbeigekommen, um sich eine Cola zu ziehen oder so. Hat nichts gesehen. Ich brauchte nur seinen Namen und seine Adresse. Schlechte Zeit, um Bob zu fragen. Ich telefonierte mit dem Gerichtsarchiv. Ein junger Mann, der mir versicherte, nach den letzten Wochen die Akten zum Bietschimpfall auswendig zu kennen, wusste nichts von einem weiteren Zeugen. Doch bevor ich wieder einen klaren Kopf kriegen konnte, riefen Alan und Bob mich ins Büro. Scheiße. Okay, also. Direktor Planket ist sauer. Das ist Pech. Oh ja, Steve. Und ob er sauer ist. Außerdem ist das Rauchen in diesem Gebäude verboten. Kinder, Kinder, Kinder. Kommt schon. So geht das nicht. Das ist mein Ernst, Alan. Ich habe Steve sehr genaue Anweisungen gegeben. Ich wollte ein kurzes Porträt, das den menschlichen Aspekt herausstellt. Sonst nichts. Das ist alles. Die Zeitung hat Planket versprochen. Der Typ ist unschuldig. Ah, so ist es aber, Bob. Das ist kein kurzes Porträt. Es ist eine beschissene Kreuzigung, Mann. Hör zu. Ich habe den ganzen persönlichen Mist, den du wolltest. Er glaubt an Gott. Er ist glücklich wie ein Schwein, das sich in der Scheiße suht, okay? Er kann es gar nicht erwarten, abgespritzt zu werden. Das kannst du alles in deinem Porträt mit dem menschlichen Aspekt benutzen. Das ist nicht der Punkt, Steve. Warum schlägst du mich nicht, hä? Schlag mich einfach k.o., verdammt nochmal. Ich habe es verdient, Mann. Es wird bestimmt ganz toll. Ich werde niemanden schlagen. Alan, Alan, wirklich. Ich weiß, dass das für alle Probleme macht, aber ich möchte, dass das ganz klar ist. Ich bin bereit zu gehen. Ich habe dir viel zu verdanken, Alan. Ich liebe diese Zeitung. Aber ich werde mein Arbeitsleben nicht in einem Klima verbringen, das für mich unerträglich geworden ist. Tut mir leid, Steve. Tut mir wirklich leid. Was ist mit meiner Kündigungsfrist? Kündigungsfrist. Es steht in meinem Vertrag. Du kannst mich nicht einfach so feuern. Ich habe eine Kündigungsfrist. Wie viel Kündigungsfrist möchtest du denn haben, Steve? Fünf Stunden und sieben Minuten. Ich habe hier einen Brief. Was? Ich habe unserem Mädchen einen Brief geschrieben, weißt du? Etwas. Ich dachte, dass sie vielleicht irgendetwas in der Hand haben wollte. Er wird ihr kostbar sein. Er wird ihr kostbarster Besitz sein. Weil ich doch für sie da sein wollte, verstehst du? Ich weiß. Jetzt kommt es nur darauf an, das hier durchzustehen. Hab keine Angst, Liebling. Ich werde bei dir sein. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musst. Ich werde bei dir sein. Und Jesus. Wenn ich dich nur sehen kann, ja? Wenn ich dein Gesicht sehen kann. Du wirst mich sehen. Das hilft bestimmt. Ich sorge dafür. Tut mir leid, Frank. Aber wir müssen Miss Bitschen jetzt bitten, zu gehen. Pass gut auf unsere Kleine auf, Bonnie. Versprochen. Du kannst mit mir reden. Ich werde da sein. Oh mein Gott, Frank. Wie konnte uns das nur passieren? Auf Wiedersehen, Bonnie. Ich durchwühlte Michels Schreibtisch. Endlich hatte ich gefunden, wonach ich suchte. Fein säuberlich notiert. Und in einem Schnellhefter mit der Aufschrift Bitschirmfall abgeheftet. Die Adresse. Die Adresse von Warren Russell. Mrs. Russell? Angela Russell. Darf ich reinkommen? Was wollen Sie? Ich bin Steve Everett von der News. Ich wollte mit Ihnen reden. Worüber? Ist das da auf dem Bild Ihr Sohn? Enkel. Drogen. Wissen Sie? Sie haben ihn eines Nachts erschossen. Drüben im Park. Die Polizei war hier, um es mir zu sagen. Ich wusste, dass irgendwas war. Ich hatte gehofft, er wäre verhaftet worden. Aber Sie haben ihn drüben im Park erwischt. War er... Ich meine, hat er Drogen genommen? Ja, ja, er hat Drogen genommen. Ich glaube, Ihr Enkel hat eine Frau getötet. Ich glaube, er hat vor sechs Jahren eine Frau getötet. Ein Mann sitzt in der Todeszelle. Er soll heute Abend hingerichtet werden für den Mord an einer Kassiererin in einem Lebensmittelladen. Einer Frau namens Amy Wilson. Geborene Robertson. Ich glaube, Ihr Enkel hat es getan. Und wie kommen Sie auf so einen Gedanken? Weil er die einzige andere Person am Tatort war. Und ich glaube, der Mann, den Sie töten wollen, ist unschuldig. Und ich könnte fast wetten. Sagen Sie mir, wenn ich falsch liege, aber ich könnte wetten, dass dieser unschuldige Mann weiß ist. Ja, er ist weiß. Und außer diesem unschuldigen Weißen und meinem Born war an dem Tag niemand im Laden. Zwei Zeugen. Es gab noch zwei Zeugen. Aber die waren auch weiß. Wahrscheinlich. Der eine ist Steuerberater und die andere Hausfrau. Und die bringen keine Leute um. Aber schwarze Jungs, die schon. Aber schwarze Drogensüchtige, die tun praktisch den ganzen Tag nichts anderes. Ich weiß, wie es sich anhört. Das ist ja gut. Ja, wissen wir es beide. Besaß Ihr Enkel eine Waffe? Oh, Sie haben alle eine Waffe, Mr. Everett. Wussten Sie das nicht? Alle diese halbwüchsigen, schwarzen Drogensüchtigen haben Waffen. Darf ich Sie mal was fragen? Ja? Haben Sie irgendeinen Beweis? Haben Sie irgendeinen Beweis, dass Sie es wagen, hierher zu kommen und mir diese Sache über den armen, toten Jungen einfach so ins Gesicht zu sagen? Kein Beweis. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aha. Dann gehen Sie jetzt besser zu Ihrer Zeitung zurück. Die Gegend hier kann nachts ziemlich gefährlich sein. Ich fuhr nach Hause. Ich war müde und meiner selbst überdrüssig. Doch ich war froh, dass der Wettlauf, Frank Beechams Leben zu retten, endgültig vorüber war. Barbara saß am Küchentisch. Sie sah mich an und zog langsam ihren Ehering über den Fingerknöchel und nahm ihn ab. Wir starten beide auf den Ring. Also gut, lass mich raten. Bob hat dich angerufen. Welchen Unterschied macht es, wer mich angerufen hat? Sie hat mich angerufen, wenn du es wirklich wissen willst. Deine Patricia. Gut. Sicher. Klar. Sie hat versucht, dich zu erreichen. Sie hat geweint. Sie wollte dich wissen lassen, dass alles vorbei ist. Und dass es ihr leid tut, dass Bob dich von deinem Posten vertreiben will. Nett von ihr eine Nachricht zu hinterlassen. Hast du wirklich geglaubt, ich hätte es nicht gewusst? Diese verrückte Patricia. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Ich habe ihr erklärt, dass das so deine Art ist. Es ist genau das, was du immer machst. Hart für den Kleinen. Ist das nicht irgendwie hart für den Kleinen? Das fällt dir ja früh ein. Ich meine, sieh mal. Wir müssen ja keine Ehe führen wie andere Leute. Du könntest auch manchmal Typen haben. Ich würde sie umbringen. Aber vorher könntest du sie haben. Ich meine, verdammt nochmal. Seit Jesus Tod sind 2000 Jahre vergangen. Wir können doch jetzt unsere eigenen Regeln aufstellen. Oh Gott, bist du dämlich. Und jetzt verschwinde hier. Bitte. Es war etwa 20 nach neun, als ich meine Wohnung verließ. Ich für meinen Teil betrank mich. Hab den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich war zu beschäftigt. Deswegen. Zu beschäftigt damit, meine Liebe zu ruinieren. Ich meine mein Leben. Mein Leben und meine Liebe und meine Karriere. Alles an einem Tag. Du warst dir echt beschäftigt. Männer und Frauen. Mann. Total verschieden. Hey Steve. Das ist Steve Sinn. Also, ich hab die Tochter von meinem Boss gebumst. Ach nein. Diesmal war es eine Frau. Oder Tochter. Oder... Jedenfalls ist das doch kein Grund. Es ist kein Grund für meine Frau, mich rauszuschmeißen und mir ihren beschissenen Ring zurückzugeben. Da steht ihr Name drin. Unser Name. Unsere Familie, oh Gott. Ach, wie ein Amulett. Das Amulett. Sie trägt das scheiß Amulett. Amy Wilson. Amy Robertson. Angela Russell. Wer trägt was? Wovon redest du? Miss Russell, Warrens Großmutter. Kann das sein? Ist das wahr? Ich muss los. Steve. Ich mach dir einen Kaffee. Wie spät ist es? Ich hab im Fernsehen Amys Vater gesehen. Der hat ihr das scheiß Amulett zum 16. Geburtstag geschenkt. Mit ihren Initialen. Amy Robertson. Die gleichen Initialen. Angela Russell. Er wollte es für seine Großmutter. Und sie trägt es als Andenken, wie spät es ist. Fünf vor elf. Mit einem Amulett könnte ich es schaffen. Das könnte ich Lowenstein zeigen. Wenn ich beweisen könnte, dass es Amys ist, das würde reichen. Schon gut. Du musst dich setzen. Nein, nein. Ich muss fahren. Nein, Sie sind zu früh. Es ist erst elf. Ich habe noch eine Stunde zu leben. Ich bringe Ihnen frische Kleidung, Frank. Bitte ziehen Sie die an. Auch die Plastikunterhose, wie besprochen. Ich geh nach draußen, damit Sie sich in Ruhe umziehen können. Sie empfangen niemanden. Mich empfangen Sie. Sie haben gesagt, Sie würden eine Erklärung für die Presse abgeben, wenn es vorbei ist. Sie empfangen mich jetzt. Ich muss die Robertsons sprechen. Sie empfangen im Moment niemanden. Es ist ein Notfall. Notfall, Notfall, Mr. Robertson. Lass uns ein kleines Quiz veranstalten, ja? Ich bin ein Polizist und du bist ein besoffenes Arschloch. Wer meinst du, wird sich wehtun, wenn wir aneinander geraten? Mr. Robertson! Was ist hier los? Beschreiben Sie das Amulett. Was? Was zum Teufel wollen Sie? Amys Amulett, das der Mörder gestohlen hat, war es ein Herz aus Gold mit den Initialen AR und einer Schmuckborte. Und auf der Innenseite die Buchstaben AW. Sie hat die Initialen ihres Ehenamens eingravieren lassen, ja? Frank Beecham hat ihre Tochter nicht ermordet, Mr. Robertson. Was reden Sie da? Er hat es nicht getan. Lecken Sie mich am Arsch. Schmeißen Sie das besoffene Schwein hier raus. Schon gut, schon gut. Ich geh ja schon. Komm schon. Komm schon. Mrs. Russell. Angela Russell. Verdammt doch mal. Los, machen Sie auf. Machen Sie aus. Verdammt, machen Sie doch auf. Ich werde es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolden wird. Denn der Herr ist meine Zuversicht, der Höchste ist meine Zuflucht. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der unter dem Schatten ist erneut. Dann bleibt er, sprich zum Herrn. Meine Zuversicht. Sie musterte mich stirbenrunzelnd durch die Dunkelheit. Stürme tropten hinter ihren Augen. Ihre ganze stattliche Erscheinung schien vor Erregung zu zittern. Das Amulett. Ja, ich hatte gehofft, dass Sie zurückkommen. A.R. Amy Robertson. Angela Russell. Ja, ich schwöre bei Gott, ich habe gehofft, dass Sie wiederkommen. Dann kommen Sie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Um 12 Uhr werden Sie diesen Mann umbringen. Wie glauben Sie, sollen wir jetzt noch was dran ändern? Ich wollte nie in das Amulett sehen. A.W. Amy Wilson. Ja, ich wollte es halt nicht wahrhaben. Kommen Sie mit zum Auto. Schnallen Sie sich an. Wir haben keine Zeit. Wir müssen zum Gouverneur. Das ist nur für das EKG. Es wird leichter gehen, wenn Sie eine Faust machen. Ich kenne den Jungen, der meinem Enkel die Waffe verkauft hat. Der sitzt im Gefängnis. Vielleicht sagt er aus, wenn man ihm einen Teil seiner Strafe erlässt. Oh nein. Stopp, um Gottes Willen, halten Sie an. Die können uns doch helfen. Die werden uns aufhalten. Ich habe mit einem rechtmäßig ausgewiesenen Vertreter des Gouverneurs gesprochen. Es wurde kein Aufschub gewährt. Die Exekution kann wie geplant anlaufen. Wir haben ein Okay. Frank Beecham. Sie sind vom Staat Missouri des Mordes für schuldig befunden und zum Tode durch eine letale Injektion verurteilt worden. Haben Sie noch etwas zu sagen? Ich liebe dich, Bonnie. Ich habe dich immer geliebt. Mr. Lowenstein! Mr. Lowenstein! Sie müssen öffnen! Mr. Beecham ist unschuldig! Mein Enkel war es! Somit wird das Urteil jetzt um 0.01 Uhr vollstreckt. Verstanden. Wir haben einen Aufschub des Gouverneurs. Wir brechen ab. Abbruch. Wir brechen ab. Ein Aufschub. Wir haben einen Aufschub. Nun, dann brechen wir wohl ab. Frank Beecham hat etwa einen Monat, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, die Stadt verlassen. Egal, wie oft ich ihn fragte, er konnte nie wirklich beschreiben, was er vor allem ganz am Ende auf der Liege gedacht oder gefühlt hat. Er habe nur gesehen, was passierte. Sonst nichts. Das sei aber echt unheimlich gewesen. Ich glaube, sie sind gegangen, nachdem Bonnie aus der psychiatrischen Klinik entlassen wurde. Er hat nach der Geschichte eine Menge Jobangebote bekommen. Was kostet der große Teddy da? 50 Dollar. Na, da wird aber jemand große Augen machen. Geburtstag? Ja. Wird er am Bett stehen? Nein, wir leben getrennt. Meine Ex-Frau erlaubt nicht, dass ich vor dem Mittagessen komme. Sie hat mich rausgeschmissen. Sie hat mich rausgeschmissen. Ich hätte auch meinen Job verlieren können, weil es die Frau meines Chefs war. Der Scheidungsgrund. Zum Glück habe ich kurz danach noch einen Riesenknaller gelandet, sodass mich die von der Zeitung nicht rausschmeißen konnten. Also, was meinen Sie? Wollen Sie mit mir schlafen? Ein wahres Verbrechen von Andrew Cleven aus dem amerikanischen von Christian Lutze. Bearbeitung Uta Reitz. In weiteren Rollen, Bernd Hahn, Hans Holzbecher, Rainer Hohmann, Alexander Mokos, Silke Nato, Katharina Palm, Bodo Primus, Elisabeth Scherer, Michael Schoris und Birte Schrein. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Werner Jäger. Regieassistenz Sabine Melchior. Musik Mario Schneider. Regie Uta Reitz.